Hier kommt ein Song von der Band Tubefaktor. Der erste Song nennt sich Frequenzsuppe. Frequenzuppe, take 4. Frequenzuppe, take 5. Frequenzuppe, take 6. Alter, bin ich gestört worden vom Titel von Naja Musik. Also, jetzt aber. Ich bringe das Veloz. Das reicht mir jetzt langsam. Jetzt bringe ich das Veloz aber raus. Das war take 6. Jetzt kommt Schubfaktor take 7. Und ich schalte das Titel von aus. Das war take 8. Die Stimme war bloß viel zu leise. Deshalb muss ich es nochmal machen. Let's go! 3 Das war's. Das war's. Ja, im Rausche der Musik.